hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren folge hier bei rs19 landwirtschaftssimulator und auf der karte in thüringen so reparaturwerkstatt wo bauen wir am besten hin also hier vorne ist ungünstig hier fahren die fahrzeuge mal lang gefällt mir nicht die tankstelle ist hier tanken wir jetzt nicht so wichtig das ausgewählte silo ist leer das heißt sie müssen jetzt noch mal auffüllen also wir werden wir hier oben hin bauen hier oben das passt hier ganz gut und zwar gebäude diverses mcdonalds gar nicht gesehen dann können wir auch zahlsteller bauen so wenn man so drehen dass wir da die stromsäule am rechten rand haben denn wir haben nichts davon nicht mehr dauernd gegen fahren so machen wir das so geht das denn wir müssen nämlich den guten oder umrüsten das gewicht lassen wir gleich hier vorne geht jetzt ran nicht notwendig das vorne schwer genug so dann hier angekommen ich glaube doch anders fahren sollen dann gut man kann ja auch hier von anseite kommen dann reparieren wir gleich konfigurieren radgewichte das gut dann beim flügen ist vielleicht sinnvoll radgewichte aber tritt nichts dran ne hat doch jetzt geht's so auf geht's zum feld der attacken ging nicht gedacht hier der muss ja noch mal stiegel herstellen gab's ist ja fast reif ne so viele fahrzeuge da lassen wollen den fendt werden wir gleich nehmen für den nächsten flug ja das weiß ich auch nicht was los ist technik die begeistert ja alle die luftfahrtruhe steigt langsam aber wie gesagt flügen das ist ja kein problem klar kein forster entschuldigung ach du mein öl ne häng mal kurz an ja einfach gespeichert weiß ich gar nicht jetzt so kursgenerierung feld 38 vorgewende machen wir auch 15 10% kursgenerierung dauert immer ein bisschen dauert immer ein bisschen vorwärme waren wir sie gut im grunde ist egal im grunde ist egal jetzt ist eben wurscht ne das bim fällt rein dann muss ich auch den frischgepflügten in die Höhe fahren das ist ja nicht wirklich gut ne größe kurven gut ich feichere den mal ab unter und zwar wieder fällt 38 28 ne 38 ne fahrzeug 40 40 großartig 40 40 45 41 40 42 dann gehen wir gleich mal den hier nehmen und speichern wieso macht der hier so einen scheiß wieder halb das passwort nicht so neu 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 nieuwe versatzt nicht gut so neue berechnung kursgenerierung 460 gespeichert die müssen wir so ein muster einfach mal aufschreiben die ganzen kurse sind normal im arsch die ernte können wir lassen doch fällt 38 vorgesehen 38 medien spart düngen 30 meter da fällt 38 okay so geschrieben nochmal gucken 60 lügen das war hier keine zehn meter war hier 620 oder so so wieder so so Das ist gut Keto. fluglos das war so absicht nicht logisch wenn die reifen quer sind die kleinen so wäre eigentlich korrekt vielleicht packt das jetzt ja jetzt geht's gut läuft hoffentlich und rolle wieder versetzt gemacht gut macht damit ab mit automatisch na gut solange nichts liegen das zwei mal verziehen und dann werden wir den auch tauschen über zwar den fendt den fendt kommen wir nehmen das bringt ja nichts haben wir jetzt hier uns abquälen das ist ja hier wir haben ja was vor ist ja so dass wir nicht hier lange weile haben so x stellen wir hier daneben hin abkoppeln überfahren und gleich mal den fendt holen dann können wir das nächste feld machen gleich wahnsinn zwei abschiebe früher frühling da wollen wir gucken sobald wir den fendt losgefahren sind und der flug da können wir gucken in der preisliste was für alles so da haben verkaufsstellen neue vor allen dingen so ist der fuß so schlecht so ist der fuß so schlecht dämmataktoren brauchen wir noch nicht wegstellen wir müssen den nächsten so die sämaschinen klar machen was wir dann mal aussehen das weiß ich noch nicht wir werden mal sehen was vor drin war wenn getreide vor drin war bloß weiß ich kein getreide drauf ein feld wollte ich eh gras machen dann würden wir recht früh silage bekommen für unsere kühe für mischvorderherstellung heu müssten wir eigentlich auch machen wohl heu könnte ich in not von der marsch rüber bringen aber ich will eigentlich unabhängig sein ne anfangs können wir eben das wurde von der marsch rüber bringen also das ist kein problem das war mir eh vorher klar dass das futter hier nicht reichen würde du müsstest sonst beim beim händler kaufen Stroh und so und Zeug ja dann haben wir auf die das sieht komisch aus ne 37 haben wir da fahren ne fahren wir auf die 37 ach so wenn wir auf die preise mal gucken das ist ein bisschen mehr Verkaufstelle auch mehr was das hier irgendein Zeug ja doch einiges dazu kommen ne wir fahren mal quervoll ein jetzt ist ja noch nicht geflüchtet ne und da ist er nicht ganz so dramatisch äh im reell den würde das keiner machen äh Sexbrunenverdichtung trotzdem ist hier doch eine vorhandene ne die Fahrzeuge sind ja einfach so schwer so liebe Schauer das soll es auch dann für heute gewesen sein für die heutige Folge ich sage mal schön Dank fürs Reinschauen dann seid mal tschüss tschau tschau mit fleißigивlügen ne tschüß und dank fürs Reinschauen tschüß Vielen Dank.